Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core mit mir ist ein Gentleman. Und wir waren ja hier, dass wir demnächst Richtung Shinra Villa sollen. Wir haben immer noch das Rätsel um das verschwindende Mädchen. Und gleich eine neue Mail. Bahnbrechende Neuigkeiten. Wir haben Rotleder erhalten in letzter Zeit immer wieder Meldungen von Genesis Sichtung. Sollte Genesis trotz der Meldung, er sei im Kopf gefallen, doch noch leben? Und hat er dann eventuell das Rätsel um das Geschenk der Göttin gelöst? Ganz gleich war er tut, Genesis wird immer richtig liegen und verdient daher unsere Unterstützung. Ja, also letzten Endes haben wir das relativ ungelöste Rätsel hier um diesen Bilderrahmen, wo ein Mädel ist. Was manchmal hier auch für Bilderrahmen ist und manchmal nicht. Aber ich konnte noch nicht herausfinden, Was dort letztendlich mit passiert, weil der Status ändert sich, sobald ich einmal hier nach unten gelaufen bin und wir nach oben laufe. Das Mädel, ich wundere mich, warum sie schade ist. Aber letzten Endes ist wirklich eine Lösung für das Problem, konnte ich nicht finden. Cloud ist auch ganz niedergeschlagen. Und wir sollen Richtung des Shimra im Wesens aktuell aufbrechen. Ich finde einfach die Grafik sowas von nice. Hallo? Iris? Ich bin endlich durchgegangen. Ja. Uh, hör mal. Jetzt ist nicht die beste Zeit. Ich werde dich später telefonieren. Nein, nein. Du musst nicht. Okay. Nimm dir doch mal ein bisschen mehr Zeit für Aerith. Das war ich doch, da war ich doch schon. Das war ich doch, da war ich doch. eine nachricht für dich geht es dir gut denn ein satz hat eine enge länger als ich erwartet deswegen dachte ich mir ich könnte für dich auf eris aufpassen mit dem job scheint schon einer von den turks beauftragt worden zu sein jedenfalls habe ich etwas mit eris geplaudert und sie erzählte mir dass sich ein rad des blumenwagens gelöst hatte habe er geboten den wagen zu reparieren aber sie meinte das wäre nicht nötig du würdest das schon erledigen wenn du wieder da bist die kleine wartet auf dich man will so sie zu dass du endlich zurückkommst du schon gesagt nächste main war ich kann auch kämpfen was denkt sich dieser sepphoros bloß sind alle mitglieder von soldat zu komisch und gibt es vielleicht auch blonde soldat kämpfer nicht dass wichtig wäre ich frage nur so konnte ich jedes mängchen davon in der not von einem blonden soldat kämpfer beschützt zu werden weil ich aber nicht länger auf meinem blonden ritter in glänzeres trug warten können habe ich selbst mit kampf sport angefangen mein lehrer meinte ich wäre ziemlich begabt ist eine gewisse aktivieren werdet mit zept zu Sephiroth ist in der zweiten Flur room, auf der rechten. Das wolltest du doch, oder? Und Sephiroth höchstpersönlich soll dich sogar angefordert haben. Da unsere wichtigsten ersten fast alle von der Bildfläche verschwunden sind und auch Sephiroth nicht gerade dafür bekannt ist, sich gerne um Untergebene zu kümmern, würde es mich nicht wundern, wenn du uns in Zukunft anführst, Zack. Dein rascher Aufstieg ist wirklich beeindruckend. Seid ihr meiner Treue auf ewig gewiss, Zack. Okay. Nächste Mail von FIFA. Man könnte meinen, wir wären in einem Spam-Verteiler. Unser Geheimnis. Ach ja, bitte erzähl keinem anderen Ballsoldat, der ich nach einem blonden Soldatenkämpfer erkundigt habe. Das bleibt bitte als okay. Die Tür in der Untergebung wurde aufgerissen. Vielleicht hat Sephiroth in der Untergebung? Was ist in der Untergebung? Die Tür in der Untergebung wurde aufgerissen. Das ist in der Untergebung. hübsche hülle das liegt hoch vielleicht gibt es hier noch was spannendes zum beispiel gibt es eine kiste komplett wie sieg hat mich gerade optimistisch die grabkammer ist auch immer das vordere Ort um rumzuschlaufen jetzt ein gegner spawn eigentlich erwartet die entlage betreten hier gibt es kein zeug mehr wir wollen weitermachen wir wollen weitermachen professor gast name this life form jenova i see megl 77 1977 jenova verified as an ancient megl 913 1977 jenova project approved mako reactor one authorized for use my mother's name jenova the jenova project is a coincidence professor gast why didn't you tell me why did you die mein invents die 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 Okay. Die können wir nicht mehr schnacken. Die Leuchten in der Schindler. Und weiterführe die Dokumente, wie ein Mann, die Pohse. Die Lichter in der Basen. Die Schilder in der Karte. 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 Und am 7. Tage. Das erinnert mich doch sehr stark an eine Zwischenszene. An die sich Cloud erinnert, nämlich dass Sephiroth das Dorf verbrannt hat. Ja, ich komme für dich. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Das ist eine große Rolle, die sich hier fassen. Ich bin ruhig. Aber ich bin ruhig. Aber ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Und ich bin ruhig. Entschuldigung. Wie kann man? Ich erinnere mich an die Version aus Final Fantasy VII im Remake, was eigentlich klar ist, dass ich den Film bekam. Neu Mail von Cloud. Wo steckst du? Zack, wo steckst du? Sephiroth hat das ganze Dorf in Brand gesteckt. Tifa und ihr Vater sind los, um ihn zu stellen. Sie sind ihm nicht gewachsen. Du musst sie unbedingt aufhalten. Dann schauen wir doch mal, dass wir Sephiroth stehen. Activating Combat Mode. Combat Resolved. Ah, Valm's active. Activating Combat Mode. Die Wiedervereinigung mit was? Und mal wieder Zwischenspeichern. Es ist eine Tifa. Lass doch nicht sie an. Okay, das erklärt, wie sie in die Wiederschaft geleitet. Und das ist gegen Soldat und Shinra. Okay, die BW wurde verstärkt. Ich habe eine Epiphanie. Let's go to the promised land. Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. Then, you should have ruled this planet. You were stronger, smarter. But then they came. Those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. We meet at last, Mother. Sephiroth! What the hell happened to you? Sephiroth! I trusted you! Activating combat mode. Activating combat mode. So far. What about you? We понять would you get off of that planet? Do listen to me once. Turn here. To this planet! Purpleula. Merry Christmas. This planet. Thateker's a good one job. I was going to finish this planet. You didn't even know what I did if I met these? Ja. Das war leicht. Aber ich vermute, es ist noch nicht vorbei. Du bist nicht! Du bist nicht der Sephiroth, ich wusste nicht! Ich bin der gewählt. Ich habe gewählt, um diese Planeten zu regeln. Das war responsabilität. Das war's. Okay. 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 Ah. Serious. Kleine Küche. Okay. Hier liegt das Panzerschwert. Ist das hier eine Variante, wie Cloud ans Panzerschwert kommt? Ja. 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 Da sind wir. Das ist ein ordentlicher, hm? Nicht testen mich! Nein, unmöglich! Okay. Interessant. Ja. Ah. 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 Cloud... Und so sind alle relativ K.O. Und so ist es. Das hier ist. Interessant. Die meisten Interessant. Er wird ein guter Test. Das ist auch eine schöne Stelle für einen Cut.